im heutigen video geht es um eine jagdkanzel beziehungsweise in englisch hunting pulpit das ist ein mod von mir den wo ich gemacht habe der kommt jetzt morgen müsste schätze ich mal rauskommen also quasi am mittwoch den findet ihr im baumenü quasi unter sonstiges bauen produktion generatoren weil der produziert eine jagdpacht die jahr kanzel produziert eine im monat von 720 euro kosten tut die jagdkanzel 1200 euro und unterhalt am tag sind sieben euro kann man also quasi platzieren drehen quasi auf einen eigenen grund oder je nachdem wenn dementsprechende mod mit überall platzieren ist sie begehbar genau jetzt aber ein bisschen übersicht kann man beliebig oft platzieren ist aus holz quasi aus normalen dünnen baumstämmen und brettern gut recht viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen gut dann das war es zu meinem mod via kanzel ich hoffe ihr habt spaß damit und dann bis zum nächsten mal